Die Jäger müssen das Monster finden. Er darf sich nicht ernähren, sobald er sich ernährt, wird er immer stärker und dann hat man keine Chance mehr. Da habe ich aber auch meinen PC sauber gemacht, da kam Dreck raus. Ich habe keine Probleme mit dem Spiel, die Grafik ist ein Mann frei. Bananas ist das Monster. Ne, ist ja fein. Wer bin ich? Ich spiele. Ach, der ist gut. Warte, diesmal kill ich das Ding erst mehr, ey. Suchen finden. Wenn der Big Alpha Big hier mit der Sniper rumgerannt, das war ne Scheiße. Der Heal. Bananas. Bananas. Ey, Bananas. Wenn ich wüsste, wo der Voice Chat ist, ey, Scheiße. Bananas. So ne Bananen essen. Irgendwas drücken. Ne? Ich hab schon gedacht, ich hab schon wieder abgekackt, ey. Ich hab schon wieder abgekackt, ey. Ich hab schon wieder abgekackt, ey. Es ist besser als frisch gekochtes, um den Geschmack von Sinnenkasterationen loszuwerden. Halt die Backen! Achte diesmal einfach darauf, dass es wirklich tot ist, okay? Was, mochtest du den gekillten Schluchthall etwa nicht? Wenn er sich nicht so viel bewegt hätte. Man, ich rufe mir auf fünf Katzen, ey. Aber irgendwie wieder nicht. Ich hab mich nach einer medizinischen Bewertung gefragt. Boah, was ist das am ruckeln jetzt? Kann nicht. Das ist hier voll am ruckeln. Jetzt hab ich Probleme. Warte, wo ist tot? Hä? Hier geht gar nichts. Ich kann doch niemals einen Affengriff machen. Hm. Okay, tot. Da ist ne Riesenkröte! Der ist erstmal voll hängen geblieben dann jetzt, ey. Die ganze PC ist tot. Äh, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh, wo haben wir den Scheißvieh, Alter? Wo ist dasvieh? Wo ist dasvieh? Wo ist dasvieh? Wo ist dasvieh? Ah, das ist ja in der Suche immer, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, da ist er. Der ist der größte Beest! Oh, komm, geh hoch hier. Ah, wieder weg, Alter. Oh, scheiße, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, komm. Er rennt weg, scheiße. Oh, fuck. wo ist der Was ist das? her mit den monstern medikistole bereit gefällt dir das das ding ist frei schieße auf den boniard fallen bereit her mit dem monstern Jetzt rinnt der weg ey Gunkie hoch mann Geh doch da hoch Fuck you ey Shit Wird sich der Scheiß wieder ernähren alter Ständig kacken wir hier ab ey Wo ist der Hitze Shit Toll Phase 2 Geil Können wir ja wieder feiern ey Wir schaffen das Diese Spies wird Phase 3 nicht erreicht Nein Nein Oah scheiße das ist eine weile halten so ist denn das kack Hier Ja, so he guns in der Nähe Das wäre der tolle Trophäe Ja, endlich Hat sich ja schön an, die hat jetzt nie... ey Die dicke Wummel-Effner Dann enden wir die Sache Genau ins Schwarze Vorsicht fest Daher Ich bin doch verletzt! Ihr braucht mich! Bereit bist du bestimmt Fallen sind bereit Nein, da wird die Kaffe Ich bin getroffen! Oh ja, hier kommt Superman! Die Falle hat funktioniert! Ich lege die Das kann doch nicht so schwer sein hier Schilder auf voller Stärke! Nur die Daukenruhe! Feuert weiter! Oh, das fing wieder ab, oder was? Schild ist fast weg! Keine Schild mehr! Ach, Mann, ey! Das ist doch scheiße! Ach, Mann, ey! Da! 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 Da? Geht ja mal gar nicht, eh! ganze antivirus programm zieht rum keine internetseite mehr aufmachen das monster schrägt sie auf jetzt mal kein spiel wo du keine probleme hast ja ich habe keine ahnung was da jetzt los ist also kaspersky stickt jetzt volles wund rum na ja kaspersky ist ja sowieso schrott also ich habe damit eigentlich keine probleme weil die zieht bei jeder äh bei jeder exe rum ob das ne beta ist ob das ding ist boah halt die backen du sollst die backen halten du dummes katzen noch mal katzen und noch mal zu kastriert und anderes platz nicht über mit komponenten fehlfunktion beschädigte schutzkomponenten ja schön warum also das ist doch scheiße wiederholt jedes mal hier ist nur stunden lang hinterher rennen wir empfehlen das programm neu zu installieren das relä das relä kann ja sein daraus geht es mal ab kann ja sein oh fuck, ich bin ohne unten ey, oh nein boah, E-Mail-Kennwort da lächst du dich am Arsch Kennwort vergessen boah, der Lange der Räuchte die Scheiße naja, wenn der immer abhaut, der sich nicht stellt, das ist halt ein Problem achso, E-Mails ich muss jetzt erstmal meinen Kaspersky wieder hinkriegen sonst funktioniert hier gar nichts Scheiße ich will nicht meinen PC neu machen, nein 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 das ist kein Fall der gelitten oder was Monster finden und töten, bevor das Monster sie tötet, wenn das Monster bla ja Orbitalbohrer geht ja auch, gell ha 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 da geht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020